Servus, hier ist die Susi vom Schlesien Magazin. Ja, wir haben den Schnee, der Winter ist da und zwar volle Kanne. Ich bin erst einmal von der Haustür weg mit die Tourenski gegangen und heute ist wieder so weit. Das heißt, Skischu im Haus noch anzogen und dann direkt auf die Tourenski und jetzt bin ich hier Richtung Hurba unterwegs und mal schauen, wie es geht. Zum Glück ist schon einer vorgespurt, weil das ist richtige Arbeit. Erstes Adventswochenende, wie geil ist das? Also ich bin jetzt halt hier oben und jetzt gibt es dann eine Abfahrt nach unten. Der Schnee ist einfach überknie tief. Mal schauen, ob ich überhaupt vorankomme, aber es macht Spaß. Und wieder unten. Von hinten höre ich noch jubelt, schreie. Ich wünsche euch viel Spaß im Schnee. Genießt es. Wie geil ist denn das?